Studenten auf dem Campus, Studenten im Café, Studenten im Club. Jena in Thüringen ist die Unistadt im Osten. Mit einer Scham-Offensive, vor allem im Westen, lockt die Friedrich-Schiller-Uni immer mehr junge Leute in die Stadt. Und das mit Erfolg. Ich habe jetzt auch viele kennengelernt, die den Schritt gewagt haben, aus den alten Bundesländern hierher. Und bis jetzt, was ich mitbekommen habe, sind sehr zufrieden. Es ist ein relativ junges Bild, würde ich sagen, auf der Straße und das ist ganz nett. Und auch im Sommer kann man gut gucken dann. Du hast ja das Gute, dass wirklich die Fakultäten alle nah beieinander liegen, kurze Wege. Klein, aber fein. Stimmt, die Unibibliothek direkt neben dem Marktplatz. Der Campus mitten in der Innenstadt. Jena, das ist eine ganz besondere Mischung. Mittelalterliche Gassen hier, ein wenig Frankfurt am Main da. Und alles geht hier prima zu Fuß. Eine Uni mit Kleinstadt drumherum. Ein Ziel steuern viele Studenten in Jena besonders gern an. Knapp drei Minuten entfernt vom Campus der Uni befindet sich die Wagnergasse. Hier ist ein Café neben dem anderen. Das ist also perfekt für eine Pause direkt nach der Vorlesung. Ja, man trifft sich dann halt auf einen Kaffee und chillt ein bisschen. Das ist halt der Mittelpunkt von Jena irgendwie ein bisschen. Das sind halt Studentenpreise. Kann man nicht meckern. Neben Geld für einen Kaffee sparen Jena Studenten aber vor allem eines. Studiengebühren. Die gibt es nämlich nicht in Thüringen. Außerdem ist der Numerus Clausus für viele Fächer niedriger als anderswo. Logisch, dass sich immer mehr Studenten für Jena entscheiden. In diesem Sommersemester sind es über 20.000. Neuer Rekord. Die Jena-Euphorie hat aber auch Schattenseiten. Wir sind eingeladen zum Kochabend in die WG von Elli und Agnes. Sie und ihre Freunde studieren schon mehrere Jahre in Jena, kennen und lieben ihre Stadt. Die explodierenden Studentenzahlen allerdings sehen sie kritisch. Vieles habe sich verändert. Die kommen alle aus Düsseldorf und aus Köln und sonst woher. Und die Uni Jena kommt einem vor wie ein Laufsteg. Und auch die ganze Partykultur hat sich verändert. Also alternativ zu schick. Also alternativ zu schick. Viel Ärger gäbe es auch, weil sich das alte Magistersystem nicht mit dem neuen Bachelor vertrage. Wir sind alle sehr entspannt und die rennen halt durch ihr Studium, dass die quasi ganz viel Kapazitäten einnehmen, die eigentlich für unseren Abschluss gedacht sind. Aber sie müssen ja durchrennen. Sie müssen durchrennen. Man kann ja da keinen Vorwurf machen. Sie müssen es ja machen. Außerdem werden bei so vielen Studenten langsam die WG-Zimmer knapp. Wenn du ein Zimmer hast, dann auf jeden Fall nicht aufgeben. Halt es. Ich kenne zahlreiche Leute, die in Erfurt wohnen und in Jena studieren und täglich pendeln müssen, weil einfach in Jena keine Wohnungen mehr übrig sind. Und dann kriegst du dann mit dem Zug auch keinen Platz, weil es halt so viele sind. Genau, die Züge sind auch täglich überfüllt. Und es ist teuer in Jena. Das stimmt. Also die Zugssituation kannst du auch völlig vergessen. Trotz allen Ärgers, die WG will noch tanzen gehen. Also auf ins Nachtleben. Wer in Jena gern feiern geht, der kennt den Rosenkeller. Ein Studentenclub wie aus dem Bilderbuch. Und weil gerade das Sommersemester startet, ist hier richtig viel los. Spätestens hier sind dann doch wieder alle froh, dass es in Jena mittlerweile so viele Studenten gibt. Elli, Agnes und ihre Freunde wollen aber heute nicht ganz so lange tanzen. Morgen haben sie schließlich wieder Vorlesungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017